Konnten wir ganz, ganz viele Therapien ausprobieren. Die einen hatten den Schwerpunkt Physiotherapie, die anderen, er, auf Lokopädie, haben einen Schwerpunkt gelegt. Aber keiner hat eine komplexe Therapie via Delle Medical Center, die die Möglichkeit gibt, solchen kleinen Jungs wie meinen Sohn das Laufen beizubringen. Und dafür danken wir der Delle Medical Center sowie deren Experten, den Sergei Senchinko und André Lohs. Wir danken den beiden für ihr Engagement, dass Daniel nicht nur an der Hand laufen kann, sondern auch alleine, selbstständig. Der ist ganz, ganz flink und vor allem kann er bis zu 30 Minuten.